Musik Ich bin Christine Turmoser, bin seit dem Jahr 2000 hier in der Sparkantine Eichraben. Ich beschäftige im Moment eine Mitarbeiterin im Service. Bei mir gibt es von Montag bis Freitag Mittagsmenü, Hausmannskost, Schweinsbraten, Backhändl, Schnitzel und andere Sachen zur Auswahl, wie das Wetter passt, ein Essen zum Sonnenschein, irgendwas leichtes, dann wieder mal was schweres, Gulasch, ich weiß nicht, was man halt so kocht. Meine Spezialitäten sind Donnerstag die Backhändler, also nicht drei Wochen, jede zweite Woche Schnitzel, alle 14 Tage Schweinsbraten, jeden zweiten Dienstag. Musik 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 Musik